In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit Teilergebnissen arbeiten können. Wir haben hier einen Datenbestand mit zahlreichen Informationen, unter anderem auch die Module bzw. die Einnahmen. Und ich hätte jetzt gerne als Information einen Gesamtbetrag für die jeweiligen Module, also die Gesamtsumme für TK, die Gesamtsumme für CG, für TX und für OG. Damit ich diese Teilergebnisberechnungen durchführen lassen kann, muss ich den Datenbestand zunächst richtig sortieren. Das bedeutet in diesem Fall, ich muss das Ganze nach den Modulen sortieren. Ich mache das hier mit Sortieren und Filtern von A bis Z. Ich sehe jetzt zunächst einmal das Modul CG. Das geht bis zur Zeile 20. Und ich möchte ja schlussendlich bei den Teilergebnisberechnungen nichts anderes als die Gesamtsumme über diese Zellen, also über alle Einnahmen für CG. Genauso möchte ich aber dann auch die Gesamtsumme für diese Zellen, nämlich für das Modul OG, dann für TK die Gesamtsumme und für TX. Damit ich jetzt diese Ergebnisse erhalten kann, stelle ich mich in irgendeine beliebige Zelle des Datenbestandes und rufe die Teilergebnisfunktion auf und die finde ich im Register Daten, dort in der Gruppe Gliederung und hier habe ich Teilergebnis stehen. Sobald ich auf diesen Befehl draufgeklickt habe, versuche das System selbstständig den Datenbestand zu erfassen. Sie sehen im Hintergrund, der Zellbereich ist markiert. Habe jetzt in diesem Dialogfenster zunächst einmal die Aufgabe auszuwählen, wie gruppiert werden soll. Und die Gruppierung ist nichts anderes als die Zusammenfassung meiner Module. Das heißt, ich wähle unter Gruppieren nach den Eintrag Modul aus. Also nach jener Spalte, nach der Sie sortiert haben, gruppieren Sie, weil er muss mir alle CG-Einträge zu einem Eintrag dann zusammenfassen. Und über diese CG-Module soll er dann welche Berechnung durchführen? Er soll eine Summe bilden. Welche Beträge sollen dann summiert werden? Es sollen die Einnahmen summiert werden. Das schlägt er mir in diesem Fall bereits vor. Teilergebnis addieren zu. Einnahmen des Häkchen ist bereits gesetzt. Wenn jetzt diese Einträge alle passen, bestätige ich einfach mit OK und bekomme bereits mein Ergebnis. Ich mache die Spalte Gustav ein bisschen breiter. Sie sehen, nach der Modulgruppe CG bekomme ich CG-Ergebnis und hier die passende Gesamtsumme. Genauso verhält es sich dann auch mit OG. Ich bekomme die Gesamtsumme für Online-Grundlagen, bekomme dann die Gesamtsumme für Tabellenkalkulation und die Gesamtsumme für Textverarbeitung. Und am Ende bekomme ich dann auch noch ein Gesamtergebnis über alle Module. Das heißt, der Gesamtbetrag beläuft sich hier auf über 159.000. Zusätzlich zu diesen Ergebnissen bekomme ich links außen vor meinen Zeilenköpfen auch noch eine Gliederung. Im oberen Bereich der Gliederung sehen Sie 1, 2 und 3 stehen. Klicke ich auf dieses erste Element 1 drauf, bekomme ich von meinem Datenbestand jetzt nur das Gesamtergebnis. Klicke ich auf die 2, bekomme ich das Gesamtergebnis und die Teilergebnisse und klicke ich auf die Nummer 3. Dann bekomme ich auch die einzelnen Details der jeweiligen Module. Ich klicke jetzt nochmals auf den Eintrag 2 drauf, möchte ich jetzt zum Beispiel nur die Teilergebnisse und das Gesamtergebnis, möchte aber zusätzlich noch von Tabellenkalkulation die einzelnen Detaildaten setze. Ich klicke auf gleicher Höhe auf das kleine Plus-Symbol in der Gliederung und bekomme dann für die Tabellenkalkulationsmoduleinträge auch noch die Details dargestellt. Möchte ich wieder alle Daten sehen, klicke ich auf die 3, dann bekomme ich wieder meine Detaildaten von allen Modulen und natürlich auch alle Ergebnisse dargestellt. Möchte ich jetzt nicht nur die Gesamtsummen sehen, sondern ich möchte auch noch herausfinden, wie viele Einträge habe ich denn hier zum Modul Computergrundlagen, zum Modul Onlinegrundlagen und so weiter, kann ich eine weitere Berechnung durchführen lassen. Ich stelle mich dazu wieder irgendwo in den Datenbestand hinein, rufe erneut über Daten die Teilergebnisfunktion auf, lasse immer noch bei Gruppieren nach das Modul stehen, möchte aber jetzt zusätzlich zur Summe auch noch die Anzahl haben, Anzahl von Einnahmen, also da soll man einfach zählen, wie viele Einnahmen gibt es in der Gruppe mit den jeweiligen Modulen, muss aber hier jetzt unbedingt berücksichtigen, dass ich in meinem Fall die Summen nicht verlieren möchte und dazu muss ich das Häkchen vorhandene Teilergebnisse ersetzen, deaktivieren, sonst würden nämlich meine Summen verschwinden. Sobald ich jetzt mit OK bestätige, bekomme ich zusätzlich zu den Summenergebnissen auch noch die Anzahl der jeweiligen Module, also bei Computergrundlagen sind es 19, bei Onlinegrundlagen 14 und so weiter. Am Ende des Datenbestandes bekomme ich jetzt Gesamtanzahl und Gesamtergebnis, also er zählt mir alle Datensätze und liefert mir natürlich nach wie vor auch noch die Gesamtsumme. Links außen in der Gliederung kommt die Nummer 4 hinzu, das heißt ich habe jetzt bei 1 beide Gesamtergebnisse, sowohl die Gesamtanzahl als auch die Gesamtsumme, bei 2. habe ich auch noch die Teilergebnisse, bei 3. habe ich auch noch die Teilergebnisse für die Anzahl und bei 4. habe ich den gesamten Datenbestand. Möchte ich die Teilergebnisse wieder weg haben, stelle ich mir irgendwo in den Datenbestand hinein, rufe Teilergebnis auf, sage in diesem Fall alle entfernen und somit sind die Teilergebnisse verschwunden und auch links außen die Gliederung. Schauen wir uns noch einen zweiten Fall an, wir haben hier ein Tabellenblatt Bestellungen, ich möchte jetzt die Gesamtbestellwerte für die Bestellung per Spalte berechnen lassen, muss zunächst einmal bei Bestellung per die Sortierung durchführen, und dann sage ich wieder aufsteigen von A bis Z, zunächst E-Mail, dann Fax und so weiter, wähle dann wieder im Register Daten in der Gruppe Gliederung Teilergebnisse aus, gruppiert muss jetzt nach Bestellung per werden, ich möchte eine Summe haben und zwar eine Summe über die Bestellwerte. Bekomme somit für E-Mail ein passendes Ergebnis, 20.063 und genauso für die anderen Einträge auch die passenden Summen und am Schluss wieder das Gesamtergebnis, also die Gesamtsumme. Möchte ich auch hier zusätzlich noch die Anzahl haben, wähle ich nochmals Teilergebnisse aus, Bestellung per ist nach wie vor die Gruppe, unter Verwendung von Anzahl der Bestellwerte, die vorhandenen Teilergebnisse dürfen nicht ersetzt werden, und ich bestätige das Ganze und sehe jetzt auch die entsprechende Anzahl von E-Mail, von Fax und so weiter. Möchte ich jetzt nur die Gesamtergebnisse sehen können, sowohl die Gesamtsummen als auch die Gesamtanzahl, klicke ich links außen in der Gliederung auf die 1 und bekomme hier die entsprechende Info. Möchte ich sowohl die Teilergebnisse für die Summen als auch die Teilergebnisse für die Anzahl haben, klicke ich auf die 3 und dann bekomme ich auch diese Informationen dargestellt.